heute geht es ums thema kindergeburtstag in der kita es soll cool aussehen es soll halbwegs gesund sein es soll schnell gehen und muss für viele reichen für den kindergeburtstag nummer drei habe ich diese packen gekauft da ist eine backform drin von einem bären und ein paar typen gummibärchen können natürlich auch alle möglichen anderem sein hier sind jetzt saure und saftbeeren drin ich glaube die mache ich da auch mit drauf dazu gibt es dieses tolle rezepte heft mit allerlei lustigen ideen die aber alle völliger quatsch sind ich versuche mich jetzt mal an dem ein bisschen abgewandelt denn ich habe kaum alle diese zutaten im haus und habe es ein bisschen eilig wir brauchen dafür eine backform mehl zucker butter puderzucker und wer hätte es gedacht ein paar gummibärchen dazu noch eine rührschüssel und ein rührgerät eurer wahl und wie bei jedem guten rezept beginnt man butter und zucker schaumig zu schlagen ich habe vergessen euch von dem ei und dem teelöffel backpulver zu erzählen der dann noch einkommen und dann kommt das mehl dazu und noch ein schluck milch als ersatz für das andere was da eigentlich rein gekommen wäre und damit sind wir eigentlich schon fertig das kommt jetzt alles diese form hier rein das ist jetzt schon ein bisschen drüber und da ist noch backpulver drin das heißt es wird eigentlich noch mehr ich weiß jetzt nicht wo das alles noch hin soll das ist wirklich dieses rezept was hier drin steht bisschen abgewandelt ich habe sogar noch weniger rein gemacht keine ahnung also wir gucken uns das jetzt einfach mal an und schauen was bei rauskommt das muss jetzt in den backofen und zwar bei 180 grad ober und unter hitze 30 minuten so die 30 minuten sind fast um und ich würde sagen wir nehmen das ganze mal raus da ist auch was runter getropft war ja klar bei der riesenmenge wir machen wir den stäbchen test aus dem puderzucker habe ich zusammen mit zitronensaft eine kleine glasur angerührt und damit kann ich jetzt sowohl das ohr ankleben als auch die gummi bärchen diese sauren gummi bärchen kommen jetzt auf unseren bären und dann und dann So, das war mein Video mit der Backidee zum Kindergeburtstag und ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, teilt das Video mit euren Freunden, lasst ein Abo da und schaut euch vielleicht auch eins meiner anderen Videos an.